So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und am Wochenende hat es wieder stattgefunden, Raids für Zuschauer mit Selve und Tobuts. Thomas ist ja immer noch am rumdoktorieren, ob wir am Mittwoch früh vielleicht doch nochmal Selve Raids anbieten, aber wenn wir das machen, müssten wir eigentlich auch nochmal Tobuts Raids anbieten. Leider sind die am Wochenende ja nicht mehr da, denn am Freitag ist wieder Raid Boss wechselt, dann kommt Genesekt in die Raids, dann startet auch das Event mit dem, äh, das Dschungel Event, sagen wir es einfach so, Welcome to the Jungle. Nein, Geheimnisse des Dschungels heißt es, glaube ich, mit Zarude in einer Spezialforschung und so weiter. Solange jetzt noch das Seen-Trio da ist, möchte Thomas aber gerne, ähm, Selve und Tobuts noch im Duo probieren. Der eine scheint leichter zu sein wie der andere, er hat mir ein paar Sachen geschickt, ein paar Bilder von Poge-Bettler oder irgendwas wieder. Und da ist mir was aufgefallen, ich habe was im Beutel, was ich schon länger mal entwickeln wollte, maxen wollte, auf Level 50 ziehen wollte und was jetzt eben bei dem Seen-Trio auch gute Dienste leisten könnte. Dafür gehe ich erstmal in den Beutel rein, wir geben mal ein Krypto, beziehungsweise ihr könnt ja hier auf mehr anzeigen, dann seht ihr auch alle Suchbegriffe. Wir gehen mal auf die Krypto-Pokemon und geben zusätzlich ein, 4 Sternchen. Dann wisst ihr ja, das sind alle Krypto-Pokemon, die 100% haben, weil beides kombiniert sich ja. Also alle, die mal sagen, hä, wie zeigt man sich denn 100%-Pokemon an, 4 Sternchen eingeben. Wenn ich jetzt hier 4 Sternchen und Krypto beides drin habe, sind das natürlich 100%ige Krypto-Pokemon. Die ihr hier nicht snipen könnt, die ihr nicht brüten könnt, die ihr nicht raiden könnt, die ihr nicht aus Feldforschungen könnt. Die kriegt ihr halt von den Team-Go-Rocket-Bossen-Liedern. Und wer jetzt das zieht, das sind 6 Stück. Ein paar sind vielleicht total unnötig und komisch, aber 2 stechen heraus. Das ist das Carbador und das Pupitar. Die finde ich auf jeden Fall richtig genial. Denn Carbador wird zu Garados, wird auf jeden Fall ein richtig mächtiges Biest. Und Pupitar wird zu Despotar, was als Krypto-Variante eben mega stark ist. Und hier ein 100%iges. Das möchten wir heute mitnehmen. In Vorbereitung, dass ich dann noch ein Turbuts-Duo-Raid mit Thomas mache und ein Selve-Duo-Raid. Wir gehen jetzt erstmal hier auf das Carbador. Wir zeigen euch das auch mal, dass das wirklich 100% hat. Ihr seht auch, das ist Best Buddy. Hier 100% am 24.05.2021. Ist also ein paar Tage alt. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht erlösen. Drückt nicht auf Erlösen. Das wäre das Schlimmste, was ihr machen könnt. Wollen wir es mal testen, dann zeigen wir euch, wie das aussieht. Nein, wir wollen es erst Power-Up-en. Dann entwickeln. Wir machen es mal so rum, genau. Wir gehen hier rüber. Wir ziehen es einmal nach links. Dann seht ihr, der Bogen ist komplett voll. Bis zum Anschlag. Ein 100% Carbador. Auf Level 50 bekommt also 310 WP, 615.000 Sternenstaub, 375 Bonbons, 360 XL. Ihr braucht ja nochmal 268, glaube ich, XL. Bei einem normalen, aber bei einem Krypto eben 360. Wir geben jetzt hier das Power-Up drauf. Ziehen das einmal hoch. Das sieht noch gar nicht so spektakulär aus. Aber jetzt können wir es natürlich noch entwickeln zum Garados, zum Krypto-Garados. Ihr seht das auch schon hier. Das Pokémon überschreitet das WP-Limit für manche Kampfliegen. Das ist in Ordnung. Das werde ich sowieso nicht in der Go-Battle-League benutzen oder so. Kommt auf 3.834. Der Best-Buddy-Boost ist sogar auch mit angegeben. 3879. Okay. Wir entwickeln das jetzt. Denn das ist ja das Ziel. Dieser stinkende Fisch. Könnte Surströming sein. Ist es nicht. Surströming sieht aus. Schmerbe. Schmerbe ist eigentlich der Surströming-Fisch. Wenn ihr den kennt. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht stark aus. Die roten Augen. Das böse Maul. 3.834 als 100%iges Garados. Wir können auch noch eine Ladeattacke hinzubasteln. Wir haben jetzt Kaskade. Wir haben Knirscher. Machen wir auch noch hier eine neue Ladeattacke dabei. Frustration ist schon verlernt. Das ist auch sehr gut. Kaskade, Knirscher, Wutanfall. Frage natürlich wieder an euch. Welches Moveset sollte man spielen? Sollte man es als Wasserangreifer nutzen? Sollte man es als Drachen? Angreifer nutzen? Sozusagen mit Wutanfall? Sollte man komplett auf Unlicht gehen? Alles sollte man bis Knirscher, Wutanfall machen? Sollte man doch eine Hydro-Pumpe draufknallen? Ich weiß es nicht. Ich glaube Kaskade. Kaskade durch Knir... Durch... Durch... Durch Biss ersetzen. Bis Knirscher, Wutanfall. Klingt für mich eigentlich gut. Dann weiß ich. Den nehme ich als Unlichtangreifer mit. Was aber eigentlich auch wieder total sinnlos ist. Weil es ist ja nicht vom Typ Unlicht. Es ist ja Wasserflug. Also doch. Kaskade und Knirscher weg. Ja. Ich glaube mit dem Teil werde ich eh nichts machen. Also ist eigentlich eh egal was es hat. Wir lassen das erstmal so. Schreibt ihr mal welches Moveset ihr nehmen würdet. Welche drei Attacken? Kaskade oder Biss ist da erstmal die wichtigste Frage. Obwohl Kaskade wohl die deutlich stärkere Attacke ist. Den lassen wir also so drauf. Das zweite was wir machen wollen ist das Pupita. Aber hier habe ich schon Probleme. Habe ich gesehen. Denn ich habe nur 358 XL Bonbons. Und jetzt kommen wir zu dem was man ja machen kann. Was ich sonst eigentlich nie mache. Erstmal möchte ich es aber diesmal entwickeln. Nicht andersrum. Dieses Pokémon überschreitet das WP-Limit für manche Kampfliegen. Warum? Wenn ich es jetzt entwickle. Und es kommt auf 1424. Dann ist das doch noch unter anderem. Nur wenn ich es dann anlege. Kommt es auf 15. Aber dann legt es halt nicht an. Also hier steht 1424. Dann dürfte das auch trotzdem in der Superliga noch ganz normal dabei sein. Was ich aber nicht in der Superliga spiele. Was ich trotzdem natürlich auf Level 50 pushen möchte. Ja sieht auch gut aus. Rote Augen. Stinkt. Sieht gut aus. So muss er sein. 1424. Was ist denn wenn wir ein Power Up noch geben würden. Dann kämen sie auf 1479. Machen wir aber nicht. Wir sehen nämlich was wir brauchen. Um auf 4335 zu kommen. Sind 360 XL Bonbons. Aber wir haben 358. Also gehen wir jetzt mal hier drauf. Bonbons zu Bonbon XL umwandeln. Und machen zwei. XL Bonbons. Aus 200 normalen. Eintauschen. Zack. Jetzt haben wir genau 360. War gar nicht so teuer. Ich hätte theoretisch 34 XL Bonbons noch machen können. Brauche ich aber nicht. Denkt dran. Im Dschungel Event gibt es Lavita Spawns und auch Lavita Raids in Stufe 1. Wer da noch Lavita Bonbons braucht oder Lavita XL sollte da unbedingt zuschlagen. Vielleicht bieten wir auch Lavita Raids an. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken wie häufig die in der Wildnis sind. Jetzt möchte ich das natürlich auch Power upen. Das kriegt bei einmal nämlich 55 WP dazu. Was auf jeden Fall sehr stark ist. Aber wir ziehen es jetzt einmal komplett nach hinten. Wieder 600.000 Staub ausgegeben. 2.800 WP dazu. Manche kommen nicht mal auf 2.800. Es hat jetzt hier 4.335 und es hat noch Frustration. Es kann doch nicht wahr sein. Wie sollst du das denn nutzen? Machst du einfach 2 Delada-Tage drauf. Wenn irgendwann mal ein Rocket Event ist, dann die Frustration verlernen. Hier ganz eindeutig. Wir wollen gegen Psycho-Pokémon kämpfen. Es ist das Sehntrio. Also man könnte natürlich Stein, Steinkande und Katapult nehmen. Brauchst du wieder Ladetm. Sofortladetm. Top. Sofortladetm habe ich am Start. Weiß ich nie, wo ich das nutzen soll. Außer bei Despo da. Aber in dem Fall brauchen wir wirklich einfach nur Biss knirscher. Das heißt, wir können Eisenschweif einfach direkt weg machen. Haben doch hier sofort. Zack. Haben Biss drauf. Biss knirscher. Biss knirscher. Frustration. Bestes. Bestes Moveset auf jeden Fall. Können wir auch mal hier gucken. Was ihr das glaubt. Hier 100%. 100% Krypto-Despo da auf Level 50 mit 4.335. Das waren meine zwei kleinen persönlichen Highlights. Ich weiß nicht. Sollte man den Rest auch pushen? Blutzug könnte man auf Level 50 pushen? Omod könnte man. Aber Omod Blutzug ist ja dasselbe. Also eigentlich würde es reichen, wenn man eins von beiden nimmt und pusht, oder? Wollen wir das auch noch machen? Wollen wir... Komm, wir hauen das... Wir hauen das auch noch hoch. Egal. Hauen wir hier noch drauf. Nochmal 600.000 raus. Pushen wir das Omod auch auf Level 50. Kommt es auf 2354. Das muss ich auch irgendwann mal zum Best Buddy machen. Konfusion Giftzahn. Das ist ein Käfer-Gift-Bogamon. Schreibt mal rein. Hier neue Ladeattacke. Auch natürlich drauf. Hunderter. Gemaxt. Immer neue Ladeattacke dazu. Konfusion. Giftzahn. Käfer-Gebrumm. Vielleicht passt jetzt aber der Quick-Move nicht. Plage ist wenigstens vom Typ Käfer. 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 Lassen wir kurz einfach so drauf. Wie sieht es aus bei Quapsel? Bei Quapsel fehlen noch Bon-Boms. Und bei Pjonscora fehlen auch noch Bon-Boms. Mehr können wir also nicht machen. Drei gemäxte Krypto. Hundertprozentige Pokémon. Wie heißen die dann eigentlich? Hundo. Dann gibt es Lundo. Es gibt Schundo. Es gibt Schlundo. Was ist? Krypto? Grundo? 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 Na, aber Lucky gibt es ja nicht. Ah! Den Zungenbrecher gibt es nicht, weil es ja nicht Lucky sein kann, da man es nicht tauschen kann. Aber Shiny. Skrundo. Shiny Krypto 100. Kennt ihr Skrundo? Aber Skrundo haben wir ja nicht. Wir haben nur Grundo. Drei Grundos hier in der Sendung. Falls es den Begriff gibt. Sieht auf jeden Fall gut aus. 2.354, 3.834 und 4.335. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Mal gucken, was ich das mit Thomas mache. Ist ein bisschen stressig heute noch. Das wusste er aber nicht. Ich muss ihn nachher nochmal schreiben und dann mal schauen, wie das verläuft. Ob wir das schaffen. Sternstaub ist noch da. Passt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.